Jetzt habe ich noch einen Medivac und Belagerungspanzer. Ich habe schon ein krasseres Lineup gesehen. Ich hab gleich mal ein Mutterschiff. Ah, ich hab ne Idee. Komm, komm, komm. Ja. Ich habe noch Belagerungspanzer secured. Dann stelle ich dir hier irgendwo hin. So. Nein, Mutterschiff. Tap. Nice. Das war so ein Spiel. Wer ist der Nehmer? Links? Ähm, der nur näher am Eingang ist. Und zwar... Das war... Basis und Abheben nicht vergessen. Ja, ist schon auf dem Weg. Und die... Du siehst ja, wo ich meine lande, ne? Achso. Ich lande meine da unten. Wo? Mhm. Bei der ersten Expansion von denen. Das sei lame. Deswegen machst du es auch so. Ja. Ja. Wollen wir unsere... Ach, das ist eigentlich scheißegal. Doch, das funktioniert mit Attack-Move. Ja. Kommst du, hilfst du mir? Links? Ja. Ja. Jetzt werden seine BBS weggeräumt. Und dann die Base, ist klar, ne? Ja. Wo man niemanden nimmt, der sich eben ein bisschen auskennt. Und man zum Beispiel ein bisschen Sprachtraining macht. Ein paar Leuten vielleicht mal erklärt. Hallo, äh, wenn ihr isch sagt, dann ist das einfach falsch. Und das klingt super scheiße, weil das kein Hochdruck mehr ist. So, das ist ein Klassiker. Aber ich seh das so oft im Fan-Up. Und... Was ist los? Was ist los? Atmen! Was denn, was ist denn jetzt los? Gibt's jetzt darum, dass ich das sage? Oder... Ich findest das echt inhaltlich amüsant. Atmen! Ich find's lustig, zu wem du's sagst. Du Bastard. Oh, okay. Ja, der braucht ein bisschen. Okay, kannst du was machen, oder was? Ich hab schon hin und wieder... Das war ja ein Beispiel. Das ist ja ein Beispiel. Und das sind einfache Sachen. Jetzt kommt der Witz, ne? Ich bin zwar kein... Friede. Aber ich hab mich stark mit Linguistik auseinandergesetzt. Und das sind Sachen, die kann man sich super einfach... Wenn man aber darum erstmal tut... Und man erstmal wissen um dieses Defizit. Dann kann man das mit dem entsprechenden Coaching abtrainieren. Und das ist nicht schwierig. Von Linguistik brauchst du mir nix erzählen, Digga. Ich kenn mich da perfekt aus, was Linguistik angeht. Also... Okay. Chill mal. Nee, chillen gibt's ja nicht. Jemand voll ausgerastet, okay? Ich mein, ich bin grad alleine, aber ich will den Hund nicht erschrecken, deswegen... Bleib mal ruhig. Naja, du kannst ja wenigstens deine Lieblingsrolle machen. Nee, das bleibt ja so, wie es ist. Achso, ja, natürlich. Wollen wir spielen... Halt, stopp! Jetzt reicht es! Halt, stopp! Nein, nein, jetzt renne ich! Wir spielen Leute, Leute! Jetzt hältst du die Schlauze! Du Ober-Erzicke! Wir spielen Leute! Das ist jetzt so ein beruhigen Unser! Das hat grad so gut gepasst, weil Lauri auch immer wieder zwischen geredet hat. Ja, klar, das ist jetzt mal falsch. Danke, Lauri, dass du das gemacht hast, danke. Fuck off. Mann, ich hab so ne Scheiß-Waffe! Ich will das nicht haben! Oh, wie schießt das? Kann man hier irgendwie rennen oder so? Oder kann man hier langsam laufen? Ich will die bessere Waffe haben, bitte den Fiefen! Ich will die bessere Waffe haben! Oh, was ist mit der Musik los? Die fuckt so ab! Was macht jetzt eigentlich der Detective? Das weiß ich immer noch nicht! Hast du nen Detective Ball? Könnt ihr euch alle nur beschweren? Ja! B ними concepts B Weeeeee! Hast du nen Detective Ball oder wie auch immer? lone Was für nen Detective Ball?! Keine Ahnung.. Das ist... Damals kann man andere testen, wenn sie Detective sind, dann wären... Also wenn sie traitor sind, sterben sie. Und wenn sie keine Traitor sind, dann.. van Es gibt...